Hi zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Mami-Vlog. Zu einem längst überfälligen übrigens, weil ihr fragt mich seit längerem schon, ob ich mal endlich ein Video zum Thema Airfryer machen kann. Und der Wunsch wird meiner Meinung nach immer dringlicher. Und hier ist es endlich. Los geht's mit Tipps, Hacks und Familiengerichten aus dem Airfryer. So, also mein Mann Heiko hat den Airfryer seit längerer Zeit schon zu 100% für sich entdeckt. Und so lecker sieht tatsächlich dann auch eins seiner aktuellen Frühstücke daraus aus. Also ich muss sagen, mich begeistert der Airfryer langsam auch immer mehr, weil es das einfache Kochen tatsächlich irgendwie revolutioniert. Also ich stehe noch am Anfang meiner ersten Tests damit und ich gebe zu, dass der ein oder andere Snack jetzt nicht wirklich perfekt lecker aussieht. Aber geschmeckt hat tatsächlich alles und das reicht mir erstmal. Den größten Vorteil, den ich in der Heißluftfritteuse sehe, also ich brauche nicht mehr den kompletten Ofen anzuschmeißen, wenn ich jetzt morgens beispielsweise Mini-Laugengebäck mal in die Brotdose packen will oder einen schnellen Nachmittags-Snack von meiner ausgehungerten Kinder machen möchte. Laugengebäck als Beispiel jetzt. Also man legt es einfach rein, überstreut es eventuell noch mit Käse und sie sind in zehn Minuten fertig. Warm, weich und lecker, genauso wie sie sein sollen. Und weil der Airfryer so klein ist, braucht er halt nur so zwei bis drei Minuten, bis er auf der richtigen Temperatur ist. Und damit spart man nicht nur Energie und Geld, sondern eben auch Zeit. Und die Snacks, die da rauskommen, sind auch noch allesamt lecker. Also man kann es eigentlich kaum versauen. Es ist wirklich ziemlich verblüffend. Also ich habe mir für dieses Video mal so ein paar einfache Snack-Hack-Beispiele rausgesucht, die ich darin einfach ausprobieren wollte. Und alles hat echt auf Anhieb verstanden. Lecker! Aber ich starte zuerst so mit Heikos-Expertise. Und zwar seine mittlerweile schon länger eingeübten Omelette zum Frühstück. Also der schlägt dafür immer zwei Eier in die Form und gießt mit so ein bisschen Eiklar auf. Das ist jetzt so ein Männer-Protein-Ding, das muss man natürlich nicht machen. Zwei Eier reichen auch. Und dann packt er sich Gemüse dazu, das er im Kühlschrank findet. Also hier war das jetzt so ein bisschen Frühlingszwiebel, Paprika und weiß ich nicht, ein bisschen Schinken. Und dann kommt noch geriebener Käse oben drauf. Schön gut würzen und umrühren und dann ab in den Airfryer-Korb und circa 13 Minuten bei 200 Grad vor sich hin backen lassen. Also man kann den Korb jederzeit mal rausziehen, sollte man auch, und schauen, was sich so getan hat. Aber das ist fast immer eine sichere Nummer. Also nach 13 Minuten ist das Omelette einfach fertig. Sieht so aus, schmeckt jedem hier in der Familie tatsächlich sehr gut oder hat jedem gut geschmeckt. Also kann man überhaupt nichts dagegen sagen. Es ist gesund, es ist lecker, es ist ein super Männer-Frühstück. Ist natürlich nur wirklich abgestimmt auf die Szene hier, ist auch für alle anderen lecker. So und dann habe ich es selber mal losgelegt. Also wie gesagt, ich entdecke den gerade erst für mich, aber ich muss schon sagen, alles das, was ich darin bisher gemacht habe, hat mich tatsächlich überzeugt. Ich starte mit dem, das alle Kinder lieben, aber versuche sie hier in der gesünderen Variante und zwar Pommes. Sehen jetzt, ja, ein bisschen verbrannt aus, aber sie waren wirklich super lecker. Dafür schiele ich jetzt mal ein paar Kartoffeln, schneide sie in Pommesform. Die werden jetzt einmal abgewaschen, damit die Stärke abgewaschen wird, sonst klebt das alles nachher zusammen. Das ist im Prinzip das gleiche wie im Ofen. So ein bisschen Trockentupfen und dann mit Olivenöl überträufeln, sonst werden sie nicht kross. Und dann, ja, gut würzen, vor allem ganz gut salzen. Und wir mögen jetzt den Pfeffer auch. Wer ihn nicht mag, lässt ihn natürlich weg. Dann einfach nur alles durchmischen und ab in die gesündere Fritteuse, so nenne ich sie mal. Ich stelle hier mal eine beliebige Zeit ein und schaue immer mal wieder rein. Dann schüttel ich mal durch, aber nach circa 10 Minuten, bei 200 Grad, ist das Ganze fertig. Der Airfryer war jetzt hier circa zwei bis drei Minuten vorgeheizt. Und die sind echt top geworden. Also ich konnte geschmacklich und von der Konsistenz her kein bisschen meckern. Damit man die Körper jetzt nicht so oft säubern muss, gibt es übrigens so ein paar Tricks. Also man kann recht teuer, muss ich sagen, solche Backpapierschälchen kaufen. Das hat Heiko mal gemacht, aber dazu muss ich sagen, das muss nicht sein. Erstens fällt dabei viel Restmüll an, den man nicht braucht und zweitens kann man sich das Geld wirklich sparen. Also stattdessen kann man entweder Silikonbackformen benutzen. Unsere Mami-Block-Brotbackform habe ich hier zufällig entdeckt, weil ich sie halt da hatte und sie zufällig genau da reinpasste. Oder man verwendet statt der teuren Form einfach Backpapier. Also hier reicht ein Zuschnitt ziemlich genau für vier Gerichte aus. Klar, auch damit hat man den Restmüll, aber sehr viel weniger als mit diesen Formen und man spart eben viel Geld. Jedenfalls, wenn man den Airfryer öfter benutzt. Ja, nach den ganz gelungenen Pommes habe ich mich direkt dann mal hochmotiviert an einen unserer nächsten Lieblingssnacks gemacht. Ich habe ihn längere Zeit nicht mehr gemacht, weil, ja, um den Ofen anzuschmeißen, lohnt es sich halt nicht so wirklich, finde ich. Aber Kichererbsen sind so mega gesund. Voller guter Nährstoffe, Proteine und Vitamine. Und der Snack ist einfach ein super leckerer Schubsersatz und schmeckt uns allen auch wirklich gut. Und das jetzt auch bei geringem Energie- und Zeitaufwand aus dem Airfryer. Also sehr cool. Dafür wird mal sofort eine Dose Kichererbsen geöffnet. Überfließend im Wasser, gut abgewaschen und die Kichererbsen ein bisschen trocken getupft. Ist immer gut, dann haftet das Öl besser dran. Und davon brauchen wir hier auch wieder ein bisschen was. Ich habe so einen Esslöffel hier rangegeben. Dann wieder schön salzen. Kichererbsen puffern echt gut. Also da kann man schon so ein bisschen was dran tun. Paprikapulver kommt noch dazu. Knoblauchpulver, wer es mag. Also wir lieben es und er geht auch stark unter. Also ruhig dran damit. Und dann noch ein bisschen Pfeffer. Also eigentlich ähnlich wie bei den Pommes. Und dann kann auch dieser unfertige Snack nach dem guten Durchmischen in den Airfryer wandern. Ich stelle hier wie eigentlich immer 200 Grad ein. Ich muss sagen, man merkt bei dem Gerät recht schnell, wenn man immer mal wieder reinschaut, ob die Temperatur stimmt und wie viel Zeit es ungefähr noch braucht. Also man kommt da relativ schnell rein. Und ja, was soll ich sagen? Auch wenn er wegen seiner Lernaufgaben nicht besonders erfreut aussieht. So viele Kichererbsen auf einmal habe ich ihn noch nie in sich reinschaufeln sehen. Und beim Lernen kann es eigentlich nur helfen. Sehr schön. Und jetzt kommt ein Snack, der irgendwie echt nicht so lecker aussieht und irgendwie auch unfertig. Aber war er nicht. Also es geht um frittierte Pilze, einfache Champignons. Auch wieder mit ein bisschen Öl umnetzt und gewälzt in einer Gewürzmischung aus Salz, Knoblauchpulver, Zwiebelpulver und dann noch ein bisschen Mehl und Stärke. Also die genauen Mengenangaben zu den Snackrezepten hier liste ich euch in der Infobox gerne unter dem Video nochmal auf. Also falls ihr die mal ausprobieren wollt. Auf jeden Fall werden jetzt die Champignons darin durchgemischt. Das war hier so ein bisschen viel Panade geworden. Ich habe den Rest der Panade hier noch abgeschüttelt, bevor ich die Pilze dann in den Airfryer gegeben habe. Das passe ich in den Mengenangaben dann an. Dann habe ich sie eine Runde da drin gelassen. Wie gesagt, man kann wirklich nicht viel falsch machen, weil man ab und zu mal checkt, wie es aussieht. 200 Grad und 20 Minuten sind immer schon mal voreingestellt. Hier an diesem Gerät jedenfalls. Und das passt ganz oft, also es ist wirklich einfach. Und so werden die frittierten Pilze. Also die waren innen saftig und echt lecker und außen kross, knusprig, echt schmackhaft. Also wirklich nicht so, wie sie aussehen. Mit einem Knoblauchdip dazu, wirklich der Hammer. Die Kinder waren leider noch nicht zu Hause, die konnten es nicht testen. Aber Heik und ich haben liebend gerne sofort alles aufgefuttert. So, der nächste ist jetzt dann genau mein Geschmack. Ja, ich suche mir hier immer so für das Video dann auch genau solche Sachen raus. Als gesund kann man das hier leider nicht mehr bezeichnen, aber dafür als sehr geil. Krosse Knoblauchbuttersticks. Boah, gut, ich weiß, ich habe es auch so ein bisschen mit der Butter übertrieben. Ich empfehle diesen Snack hier trotzdem mal. Ich finde die Brotsticks nicht nur als Chipsersatz am Kinoabend mega, sondern auch als Vorspeisensnack genial, wenn man Freunde zum Beispiel da hat zum Pur essen oder Dippen. Ganz egal, die sind echt lecker. Die Butter könnt ihr in der Mikrowelle schmelzen. Dann kommt hier noch Knoblauch rein. So drei bis vier Zehn habe ich hier genommen. Und wieder wirklich schön salzen. Ich hatte hier so einen Esslöffel genommen. Ich weiß. So zwei Esslöffel frisch gehackte oder zerschnittene Petersilie machen das Ganze ein bisschen hübscher und vielleicht ja noch einen Ticken gesund. Nein, ich weiß nicht wirklich. Und jetzt werden in der Mischung die Brotsticks gewendet. Und das kann jetzt ein Fertig-Baguette sein. Ein schon älteres, frisches Baguette ist aber genauso gut. Also das Ganze erinnert am Ende an die Konsistenz und den Geschmack von sehr leckeren Croutons. Also auch zum Beispiel Ausstechreste von Toastbrot, ja, wenn ihr sowas mitgebt. Hebt das auf und macht das da raus. Das könnt ihr mit dieser Marinade super verarbeiten. So und jetzt kommt das Ganze auf jeden Fall meinetwegen wieder bei 200 Grad und 8 Minuten in den Airfryer. Und ja, passt da ziemlich gut. Also so sind sie für mich. Ehrlich, perfekt, lecker, kross, salzig, würzig. Das schmeckt einfach. Danach habe ich mich dann gefragt, weil das ist für mich ein ähnlich perfekter Kinoabendsnack, ob nicht auch Nachos über Backen mit Käse hier im Airfryer funktionieren. Soweit gedacht und schon reingeschüttelt. Ich habe ein bisschen viel Nachos genommen, muss ich sagen, mit ein bisschen zu wenig Käse. Hier hat es definitiv mehr gebraucht, aber macht jetzt auch nichts. Also der Snack war so fix warm, knusprig und käsig. Und mit einer schnellen Guacomole eine super Sache, die ich definitiv am nächsten Heimkinoabend mal wieder mache. Dazu muss ich allerdings sagen, das hier sind auch die weltbesten Nachos, die wir kennen. Einfach so aus der Tüte auch schon süchtig machen. Äh, das ist echt 10 von 10. Echt? Ja? Gut, den nächsten Snack hat sich Yannick gewünscht. Und klar, man kann das vielleicht genauso gut und schnell im Bock machen. Aber auch das klappte im Airfryer tatsächlich gut. Das wollte ich deshalb auch mal zeigen. Also einfach Sojasauce, ein bisschen Mirin, ein bisschen Sesamöl gemischt mit Wasser in den Korb geben. Dann die Mie-Nudeln reinlegen und Gemüse nach Wahl einfach draufschütten. Ich habe jetzt hier Zuckerschoten genommen. Das war nichts, die waren so ein bisschen zu empfindlich. Die waren dann so ein bisschen angebrannt. Also nehmt so ein bisschen unempfindlicheres Gemüse meinetwegen. Champignons oder vielleicht einfach Edamame. Aber sonst auch einfach wieder einstellen, köcheln lassen, ab und zu mal umrühren. Und fertig ist das Asia-Fan-Gericht. Also Yannick mochte es. Für kleinere Kinder kann man übrigens die Mie-Nudeln super einfach in Gemüsebrühe kochen und noch Erbsen, Mais und Möhren dazugeben. Also das Gericht liebt Lia seit Jahren. Und auch das funktioniert im Airfryer. Und zum Schluss kommt mein Contra gegen Heikos Omelette vom Anfang noch. Also das hier kann von mir aus auch öfter mein Einstieg in den Tag werden. Ich habe hier mal einfach zwei Toastie-Hälften reingelegt, den Rand mit so ein bisschen Käse bestreut und in die Mulden dann jeweils ein Ei geschlagen. Zehn Minuten im Airfryer. Auch das war nach dem Würzen echt ein Knaller. Und wenn der Airfryer dann irgendwann mal sauber gemacht werden muss, meistens kann man die einzelnen Teile einfach in den Geschirrspüler packen. Aber wenn die Zeit nicht da ist oder man vielleicht auch gar keinen hat, hat auch dieser Tipp gut funktioniert. Ich habe heißes Wasser mit Spülmittel in die schmutzigen Formen gegeben, die Körbe wieder zurück ins Gerät gestellt und den Airfryer nochmal für 10 Minuten angestellt. Und hier löst sich schon ziemlich viel ab, dass man dann einfach ausschütten kann. Und der aufgeweichte Rest drumherum kann jetzt ziemlich einfach mit dem Schwamm sauber geschrubbt werden. Das war es auf jeden Fall erstmal mit meinen ersten Testungen und Erfahrungen am Airfryer. Das hat mich alles überzeugt, muss ich sagen. Und ich freue mich auf mehr. Falls ihr mehr von sowas sehen wollt, gebt mir gerne Bescheid. Ich sage Tschüss und bis bald. Das war es, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wer noch gute Tipps hat, schreibt sie gerne in die Kommentare unten rein. Das wird sehr spannend. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Video. Ich sage Tschüss und bis bald.